Ich bin eher beim Wagen wahrscheinlich so wie die anderen. Ja, da oben ist einer runtergesprungen. Ärgerlich. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Naja gut. Ich könnte mal kurz... Jetzt wäre mal meine KD wieder interessant. Ob ich da... Ja, Lucky Points. Mal sehen, Career, Weapon Info. Nope. Wo steht es denn da? 1,1897. Das kenne ich noch nicht. So, mal gucken. Gibt ein paar Nachrichten. Oh, ich müsste noch mal auf Ready. Sonst... ...komme ich da ja nicht ein. Was mache ich denn jetzt hier gerade? Keine Ahnung. Oh. Ähm. Äh, ich habe im Hintergrund ein Video gestartet. Hm. Okay. Dann eben mit musikalischer Untermalung, was mir überhaupt nicht hilft. Das ist, ähm, das Video-Video. Und das ist... Och, endliche Ruhe. Diese göttliche Ruhe. Hm. Habe ich doch gesehen, als ich die... ...lang geworfen habe. Hm. Äh, ich habe ihn noch getroffen. Hm. Da bin ich ganz so gut platziert gewesen. So, ein Dreck. Machen wir uns schon vor der Base fertig. Hm. Hm. Wer war das denn jetzt? Oh, mal so ein Fenster wieder raus. Na toll. Fängt ja klasse an. Hm. Gerade scheinen wir ruhig. Oh, jetzt waren wir. Warum die da nicht geschossen haben? Grenade, take cover. Mist. Auf den selben Kerl angelegt. Penetration, Double, Specialist. Sehr cool. Hm. Hm. Stimmt. Sollte man auch noch wieder. Vorartig. Hm. Nein. Nein. Ah, komm schon. Weil, wieso? Wieso? Wieso sind die so nah rangekommen? Schnell so nah ran. Da kommt. Hm. 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 Hm, 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 hm. Blind, aber... Vorher noch. Schön bin und lebt. So, mal sehen Das haben sie jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet Ah, Mist Ja, da hat er mich über Ja, da hat er mich über die Leiche gesehen Schade, das was mir eben Dank diesem schönen Fokus auf Nicht und nicht noch viel weniger So Ich seh mal wieder niemanden Oh, wo kam der denn her? Der stand ja schon die ganze Zeit wieder Gut Da oben ist jetzt wieder jemand Oh, den hat er gut gemacht Das ist mein Sniper Blind Da hab ich doch einen gesehen Der Arsch Ja, wahrscheinlich durch die Mitte und dann hinten rüber raus Entschuldigung Das war wohl nix Naid Kill durchs Fenster Der wird sich ärgern Mal schauen, wie denn ist einer da oben Kannst die ganze Zeit nur das Fenster beobachten Beide leicht verfügelt Leider Sehr schönes Problem ist, wenn da jetzt einer durch die Mitte kommt Hab ich Nein, der wird den Dann erledigen Mist Mist Mist, 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 Mist Das ist natürlich Ärgerlich Ich müsste die länger Ich hab ihn noch erwischt Durch die Kiste durch Gibt's Fall Ah, der ist ja nicht blind Wirst du mir den lassen können Das wäre eigentlich ganz schön gewesen Specialist Na, endlich kommt's Okay, da wollte es einer versuchen Der hat mir den Arsch gerettet Ui Nicht schlecht Nicht schlecht So, Attack Ja, jetzt wird's wieder Jetzt wird's wieder heikel Dann easy Mit Ausrufezeichen Da lebt noch Das ist ein gutes Zeichen Jetzt lebt er nicht mehr Verdammt Das ist mir wohl Das ist ja immer noch einer Ui Erstmal warm schießen die Kiste hier 21,9 Ich bin da Ich hab ne 2er KD gerade Also über ne 2er KD Aber das wird sich gleich Bestimmt wieder ändern Ich hab mir nur gerade Sorgen gemacht Was da oben los ist Das war wohl unbegründet So Ne, jetzt sind da gelandet Wo sie landen sollten Gut, ich krieg jetzt auch noch ein paar Punkte Ah, nachladen könnte ich mal Ich mein, es sind nur 2 Schuss Aber bei 5 Sind 3 Schuss dann schon Ein bisschen mehr Boah, immer diese Ablenkung Das nervt So, da oben wird keiner sein Da oben haben wir den Bestkiller von gerade eben Dann hat recht einer erwischt Wahrscheinlich auch unter dem Wagen durch Nur mal für Sicherheit Ach, ich hatte beide auch einen Firm Also sie ist wirklich schnell Wenn man den Zeitpunkt richtig abpasst Penetration Double Na, geil Beinah schon wieder Woaa Granate, okay 27 zählt Au Aber gerade bin ich gut Na klar, liegt auch am Team Dass er da ein bisschen Das auch recht gut mitzieht Da haben wir schon wieder 40 Kills Hm, dass der mich nicht bemerkt hat Das ist ja nicht der Licht Ich bin ja nicht der Lichter Ich bin ja eigentlich ein bisschen Hm Hm Ja Ja Na gut Ehrwerig Aber ist halt mal so Das ist ja ein bisschen wild Hm Hm Okay Hm Ja Der stand ein bisschen höher Als erwartet Also sollte man es ja am besten eh machen Auf jeden Fall weiß ich, wo jetzt eine Granate reinfliegt Das ist ja nichts anderes lernen würden Nach Spawnpoint changed Oh, schon länger, okay Das kannst du knicken Nicht, während ich hier Dienst schiebe Ups, nachher Okay, stimmt Ich hatte was vor, während ich gespruntet bin Das war Das war mir schon klar Ich bin grad dann wieder vergessen Was Oh 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 Oh